GLOBAL Service stark Ausgezeichnet Hetzner Online GmbH 1997 gegründet Seit 2009 am Standort in Falkenstein 100 Mitarbeiter in Falkenstein 11 Auszubildende In Zeiten der weltweiten Vernetzung sind sichere Serverstandorte von größter Bedeutung. Einer der führenden Betreiber von Rechenzentren ist die Hetzner Online GmbH. Am Standort im Vogtländischen Falkenstein werden tausende Server gehostet. Um diese zu betreuen, sucht das Unternehmen engagierte junge Menschen, die den Beruf des Fachinformatikers, der Fachinformatikerinnen für Systemintegration erlernen möchten. Wir verstehen uns als Arbeitgeber für Talente, die das Internet von morgen mitgestalten möchten. Wir sind weltweit vernetzt, sozial engagiert und legen einen großen Wert auf das Betriebsklima. Außerdem bieten wir neben einer überdurchschnittlichen Ausbildungsvergütung eine digitale Zukunft vor der Haustür. Im Rechenzentrum in Falkenstein bist du für den einwandfreien Betrieb der Kundenserver verantwortlich. Dazu zählen der weltweite Support per Telefon, die Montage der Server und deren Einrichtung. Meine Ausbildung hier ist sehr abwechslungsreich. Ich durchlaufe alle Abteilungen von der Serverfertigung über die Softwareentwicklung bis ins eigentliche Rechenzentrum. In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Computern und habe mich schon immer für Computertechnik fasziniert. Das hilft mir sehr. Weiterhin solltest du gute Noten in Mathematik, Englisch und Informatik mitbringen. Auch eine gewisse Fingerfertigkeit verlangt dieser Ausbildungsberuf. Fühlst du dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt und starte in deine digitale Zukunft. Fachinformatiker, Informatikerin für Systemintegration. Voraussetzung guter Realschulabschluss. Ausbildungsdauer drei Jahre. ...